ich habe nichts verlernt da kann ja nun mal nichts sein und jetzt muss es erst mal wieder finden ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch nicht hier, auch nicht da, nicht überall Ich finde nie den Weg, das ist doch ganz fatal Hier war ich schon mal Jetzt würde ich mich vielleicht etwas höher setzen Ich hasse das aber hinter Darf ich das ja irgendwie Batterien oder so? Ich setze mich einmal ein bisschen höher Vielleicht ist es ein bisschen besser und angenehmer mit der Tastatur zu spielen Ich würde es gerne mit Controller spielen, aber leider geht das ja nicht Wow Jetzt muss ich das erstmal Ein bisschen Nein, das wollte ich nicht Andere Seite Wo ist denn das Ding für das... Achso, da So sitzt man gleich ein bisschen angenehmer Oh Gott, ich habe mich komplett verlaufen Oh, hier ist das Genau Das hasse ich ja wie die Pest Gott sei Dank in die richtige Richtung gelaufen So ist das, was ich ja hier in die Richtung Ich möchte mich Colin Das hat er doch mal Ich habe ja hier in die Richtung Ich nehme meine Ich nehme die Pest Und jetzt klebe ich auf Ich nehme die Pest Und dann leise ich in die Richtung Ich nehme die Pest Und dann leise ich das Und dann leise ich in die Richtung Genau, hier ist auch dieser komische Was es auch immer sein mag Kannst du da? Ja, hier ist auch dieser komische Was ist auch dieser komische Oh Gott sei Dank, wir haben es endlich geschafft! Oh Gott! 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 Jetzt haben wir diesen Checkpoint erreicht und da muss ich wirklich zugeben, da habe ich so ein bisschen selber geguckt. Da ist ja dieser beschissene Kackhund halt, der mich die ganze Zeit genervt hat. Und mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Oh Gott! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hab gerade gedacht, da rennt jemand hinter mir her. Hier ist nichts. Wow. Wow. Ah, das ist eine andere Götze. Sind wir relativ gut unterwegs. Ich frage mich halt, wo jedes Ding gehen soll, weil das geht ja gar nicht. Scheint aber relativ geradlinig zu sein, der Weg. Hoffe ich zumindest, ist ja ganz toll. Stellt euch mal vor, hier würde jetzt noch dieser doofe Hund sein. Das ist auch nur Sarkasse, das heißt, wir gehen erstmal da lang. Ich frage mich halt, ich frage mich halt, ich frage mich halt. Wooh, 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 wooh. Warum Checkpoint? Wieso gab es denn da jetzt nochmal einen Checkpoint? Wieso gab es denn da noch 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 einen Checkpoint? Von der Seite kam ich ja. Von daher möchte ich eigentlich gar nicht da wieder rein. Anstrengend. Wieso gab es denn da noch einen Checkpoint? Wieso gab es denn da noch einen Checkpoint? Wieso gab es denn da noch einen Checkpoint? Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Da waren wir drinnen. Hier waren wir doch aber auch. Da waren wir drinnen. Da waren wir drinnen. Wieso gab es denn da noch einen Checkpoint? Da waren wir drinnen. Jetzt sind wir schon ein bisschen weiter als letztes Mal. Und dann nach ihr drinnen. Hoffe ich denn da noch einen Checkpoint? Das ist auch nichts. Das ist auch nichts. Fangen wir mal, glaube ich, bei rechts an. Das ist auch nichts. Verdammt. Noch nichts. Das ist auch 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 nichts. Ich werde ja wahnsinnig. Manchmal vergesse ich auch schon, wo ich war oder nicht. Jetzt müssen wir vorsichtig sein bei der Kackfalle. Wo war die denn? Da. Ah, ein neuer Kopf. Wir gehen jetzt mal geradeaus, würde ich sagen. Jetzt gleich wieder, wenn wir rauskommen. Links. Okay, das ist immer der richtige Weg, wenn sie da wo steht. Das ist immer der Weg, wenn sie da wo steht. Aber ja, klar, nur für Batterien. Aber ich will hier raus. Ganz ernsthaft, ich verzichte auf dieses fucking Erbe. Mama, 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 get it back. War die da? Kann ich mir nicht mehr entsinnen. Okay. Ich möchte gerne jetzt hier durch sein. Sind wir jetzt richtig gelaufen? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich mich verloren, was? Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich habe mich gar nicht so doof angestellt. Bitte. Ich möchte gerne wieder in das Haus. Ich habe gedacht, da wäre auch ... Oh, Gott sei Dank. Es wird doch nicht so schlimm. Es wird doch nicht so schlimm. Alright. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist ... Ich weiß nicht, das ist ...